Die Pause ist, glaube ich, für Bayern genauso kurz wie für uns. Von daher darf das keine Ausrede sein. Wir wissen, dass Bayern momentan außergewöhnlich gut spielt und vielleicht auch die beste Mannschaft ist momentan hier in Europa. Aber wir müssen gucken, dass wir alles abrufen, was wir haben für dieses eine Spiel und dann werden wir sehen, was möglich ist. Man muss einen guten Tag haben, es muss viel zusammenlaufen. Man muss als Mannschaft sehr gut spielen, gemeinsam verteidigen, gemeinsam angreifen und gucken, dass Bayern nicht ganz so gut drauf sind. Ja, ich hoffe mal. Es ist schon so, dass wir natürlich auch Vertrauen in unser System und unsere Spielweise haben. Wir freuen uns, dass wir es momentan schaffen, immer wieder zurückzukommen. Ich hoffe, dass wir das auch in den nächsten Spielen so weitermachen können.